Toll. Danke, dass ich dich retten durfte, Seele. Zu toll. Wirklich. 1a. Ich hab's gewusst. Irgend so was kommt. Ich hab's echt gerochen. Aber zum Glück war der, bis auf das Feuer, also ohne das Feuer wäre er total einfach gewesen. Dann hätte er mir wahrscheinlich nicht mal was abgezogen. Cash. 1369. Das dauert noch ein bisschen. Eins ziehst du mir ab. Cash. Ich will Cash haben. Ich bin noch geldgeil. Nee. Da wird's auch weitergehen. Also, ich seh schon, das Level wird noch groß. Aber man muss sagen, jetzt so im Laufe des Spiels, ich war ja an manchen Stellen ein bisschen, ich sag mal, ja, man kann schon sagen, dass ich ziemlich Terranigma-feindlich war. Aber mittlerweile muss ich sagen, ey, das Spiel hat sich echt von Mal zu Mal gemausert. Also, es gefällt mir richtig gut. Und wenn ich sag, mir gefällt was richtig gut, dann mein ich das auch so. Dann hat es die lange, lange Wartezeit, Probezeit sozusagen, bestanden. Das Spiel macht richtig Laune. Richtig Laune. Und ich werde mir jetzt was kaufen. Und nicht in den Säuretopf hier springen. Also, wir gehen jetzt erst mal raus. So. Und kaufen uns Zeug ein. Und zwar nicht hier, nein. Sondern da. Bonjour. Wenn ich's kauf, fliegt raus. Oh. Sie. Hä? Ach, das war die Rüstung hier. Hätte sogar noch mehr gekostet. Ach, jetzt hab ich das umsonst gemacht, oder wie? Ja, nee, nicht ganz umsonst. Ich kann das hier wieder kaufen. Und... Was bist... Nein, oder? Wow. Geil. Endlich. Endlich. Viel Energie und so. Von euch kauf ich auch mal wieder nach. Ey. Sauber. Ich finde... Ich finde, das kann sich doch echt sehen lassen. Jetzt gehen wir nochmal ins Inn. Was heißt nochmal? Wir waren ja nie. Ja, ja. Es macht. Gut, ich bleibe. Das Thema ist dort. Gute Nacht. Sehr freundlich. Erstmal pennen. Ich zocke jetzt gleich eine Session mit Black Adrian. Deshalb werde ich jetzt hier speichern und an dieser Stelle Schluss machen. Also, Leute. Es hat mal wieder Spaß gemacht ohne Ende. Unglaublich. Wenn man Zeit hat, macht so ein Let's Play schon einiges mehr her, als wenn man kurz gebunden ist und schon wieder an den nächsten Tag an die Arbeit denken muss. Gut, ist auch heute im Endeffekt das gleiche, aber ich habe heute trotzdem mehr Zeit als sonst. Ähm. Tja, in diesem Sinne. Tüdelü. Man sieht sich. Tschö, tschö. Tüdelü. Tüdelü. Tüdelü.